Dann ziehen wir uns das mal rein hier. Ich habe so eine Ahnung, warum wir uns das jetzt hier ganz dringlich angucken sollen. Mal gucken. Wir sind bei Matsa. Was ist denn das für eine Strecke? Die kenne ich gar nicht. Oh, oh. Oh, mein Gott! Oh, das war knapp. Oh, 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 wartet mal kurz. Lobo einfach so Konker und dann hat er einfach einen schwarzen Ecken im Hintergrund. Der Mager, Alter. Konker. Mal sehen, was Konkert Lobo denn? Oh, oh. Oh, oh. Oh, Lobo hat sich die Haare geschnitten. Such a silly, silly crash, that. Oh, oh. Oh, no. Dear, oh, dear, oh, dear. Warum? Warum will man da rein? Irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. Das kommt mir alles so bekannt vor. So dieses, ich muss von hinten jetzt unbedingt nochmal anschieben. Ich weiß gar nicht, woher. Ich glaube, ist kaputt, das Auto. Okay, er hat nichts gesagt. War das jetzt der... Was war das denn, Alter? Ups. Oh, Leute, was ist denn das für ein Netcode gewesen? Oh, wir gucken viele Crashes jetzt? Oh, oh. Da ist es. Never lift. Yellow Flag sind Optionals. Da haben wir es. Da haben wir es. Das ist ein hartes Set. What the fuck? Okay. Gut bezig. Okay. Sag ich jetzt nix zu? Oh, Bing, Bing. Was macht Bing, Bing denn? Oh, nein. Oh, nein, ey. Oh, nein. Ja, und das Vorderrad ist ab. To, 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 to. Escape drücken. Ich muss mich zauern lassen. Oh, no. Ja, Vorderrad war ab, alles gut. Oh, nein. Oh, nein. If you come out of the gates and, like, really accusi... If you really, um... Ooh, there's a big word I'm trying to use. Let's see if I can do it. If you're super accusoriously about it... Nope, that's a name of a dinosaur. If you're really accusatory... Accusatory... There's a word in there somewhere. Oh, es gab ein Split, wo es regnet hat? Okay, das ist ein 45-Minuten-Rennen. Das kann man sehen. Also, im Overlay. Ich... Wild. Oh, oh. Nice, nice. Wow. Oh, 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 oh. Einfach alles gedodged, was geht. Alles gedodged, was geht. Richtig geil. So, was feier ich, ja? Adi, do you want me... Do you want this case for another skin or do you want... On your right, right side, car right, clear right. Oh. Is it fun feel like... Warum? We shouldn't have gone for that. You have a buckled tire. Blue flag. Warum? Why? Yippee. Oh, man. Hm. Hehehe. Caray, das ist der. Oh, oh. Da kommt Karma, wenn man so dreckig lacht. Da kommt meistens Karma nochmal. All right, I've caught this dude, if you want to message them. You haven't already. Cut. Blue flag. Oh, f***. There's definitely steering damage, but... It's not left or right, it's just loose. We'll need to pit for repairs. We've had the black and orange flag. Oh. Fucking hell. Hang on, hang on. The ball. Can you drive the fire? It's drivable. We'll go the full three laps. I will see after this braking zone. Oh, wenn das jetzt noch drinne ist, dann wird das wahrscheinlich nix, oder? Oh, aber gut gefangen. Oh, der ist gleich in ihm drin. What the... Oh, no. Brett, that might be trouble. Oh, no. I have a huge lager in front of me right now. Brett? Brett? Oh, mama mia. Scheiße. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, oh. Me voy, paia. Okay, jetzt kommt der nächste. Alter, verweiter. Okay. Hat er noch? Cool. Ai, 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 ai. Oh, oh, oh. Wie kann man so viel Glück haben? Wie kann man so viel Glück haben? Holy moly. Wie kann man so viel Glück haben? Wow. Alter, verweiter. Was ist denn hier los an dem Rick? Alles klar? Da geht alles. Du, ich glaube, es ist vorbei. Oh, 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 oh. Ich glaube, das war die beste Art, das zu behandeln. Oh Gott, wir wissen alle, wie das endet. Wie er wieder durchgekommen ist! Schon das zweite Mal im Stream! Oh mein, oh no! Du, ich glaub, der geht nicht mehr. Aber er hättest ja wenigstens mal die Bremse halten können, ne? Hast du das Auto zerrissen? Er hättest ja wenigstens mal die Bremse halten können. Okay, damit bist du safe und best of. Also, wenn das nicht da drinnen landet, dann weiß ich auch nicht, du. Da war ja alles dabei, Junge. Einfach flickflack aus der Unterwelt. Aber wie ist denn das passiert? Ach, habt ihr ihn angeschoben, dass er da reingekommen ist? Ei, Karamba, ey, zack! Boah, der eine Audi hier vorne! Oh, der hat richtig Glück gehabt! Und... Er kann was für einen Fehler passieren. Ei, 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 ei. Oh, er ist zum... Äh, ja, Regen ist schwer mitgucken und so. Oh, ho, ho, ho! Da war er wieder! Da war er wieder! Ha, ha, ha! Juuu! Das muss einfach ein fantastischer Moment sein! Oh, der lebt noch! Der lebt noch! Und dem geht's noch gut! Oh! 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 Nooo! Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du einfach nichts mehr machen. Da bist du einfach, da kannst du dich abmelden. Da kannst du dich einfach abmelden. Da kannst du einfach Tschüss sagen und fertig ist der Bums. Oh, no way. Oh, das tat richtig weh, schon beim Zugucken. Aber ich hab jetzt echt gedacht, wir sind da irgendwie drin. Aber wir sind ja noch nicht. Bis zum nächsten Mal.